Hallo liebe Freunde und Schüler von TangoNautix. Ich möchte euch in diesem Video zeigen, wie ihr uns auf Google bewerten könnt. Das ist für uns ein relativ wichtiges Marketinginstrument. Je mehr gute Bewertungen wir hier haben, desto größer ist die Chance, dass unsere Seite dann auch nach oben kommt, also gut gefunden wird. Und deswegen würde ich euch bitten, natürlich wahrheitsgemäß eure Bewertungen abzugeben. Ihr geht dazu auf die Google Homepage und gebt den Suchbegriff TangoNautix ein. Und dann seht ihr hier auf der rechten Seite gleich unsere Anzeige und könnt dort auf die Aktionsfläche, auf den Button Bewertung schreiben klicken. Ich bin selber jetzt schon mit meinem Google Konto angemeldet. Normalerweise gibt es dann noch einen Dialog, wo man sich anmelden muss und kann sozusagen hier direkt gleich die Bewertung angeben. Ich nehme jetzt mal 5 Sterne und hoffe, dass ihr das auch tut. Ich gebe die Bewertung jetzt natürlich nicht ab und klickt auf Veröffentlichen und das war es dann schon. Ich danke euch für eure Mühe.